Darf ich vorher nochmal gucken, bevor wir anfangen? Nö. Du hast bestimmt schon die Aufnahme gestartet. Richtig. Habt ihr nicht? Sonst hätte ich jetzt gesagt, ein schönes und herzliches Willkommen. Ja, ich muss von unten gucken. Eben hat er noch gesagt. Nein, hat er nicht. In diesem Sinne. Guten Tag. Nächste Aufnahme. Nächste Folge. In den 600ern. Geh weg. Mann, was war denn das für eine Ansage? Es verfolgt mich. So. Herzlich Willkommen. Schönen guten Tag. Was war denn das für eine Ansage? Und er meckert und meckert und meckert. Ach, es ist mir doch aber relativ wurscht. Hör auf zu meckern. Wir sind zurück in Minecraft. Und wir haben hier so eine schöne kleine... Geh weg. Eine schöne kleine Sortieranlage aufgestellt in den letzten Folgen. Wird dir sicherlich nicht entgangen sein, wenn du den ganzen crazy Shit verfolgt hast. Und die müsste noch angeschlossen werden. Das hat der MS vorgeschlagen. Er hat gesagt, hey, lass uns das anschließen und dann müssen wir das jetzt mal machen. Und genau, das sollten wir tun. Weil wir machen ja kein Baustellen-Hobbing. Warum denn eigentlich nicht? Hey, muss voll Grund nach... Gut. Dann... Was haben wir denn eigentlich noch an der Kiste hier? Eww. Aha. Okay. So, so. Lala. Oha. Genau. In den hinteren zwei ist ja nix, oder? Nö, ist denn überhaupt nix. Komplett leer. Ah ja, stimmt, du hast recht. Da war nie was drin. Okay, ähm, Sinn des Ganzen und, äh, um die verkackte Anmoderation mal, äh, rauszuholen oder zu retten oder wie auch immer, Sinn des Ganzen ist, die Anlage heute hier mal fertigzustellen und anzuschließen. Altar. Enderman. Komm her, ich hol dich. Fiss! Ding! Ding, ding, ding. Jetzt geht's noch zu lachen. Fiss Ding, glaube ich. Fiss Ding. Okay, was wir, äh, in jedem Fall noch anhängen müssen, ist dann Zuckerrohr, Weizen und alles, was wir auf den Feldern haben, das müssten wir vielleicht auch nochmal in Barrels verpacken. Weil Zuckerrohr wird dann mit der Zeit immer ein bisschen mehr, aber da braucht man keinen aufgerüsteten Barrel für. Wo macht man das am besten hin? innen Jorien irgendwo oder wir packen einfach also hier vorne das den ersten Börsen frei also die ersten drei und machen das daheim ok und jetzt davon weil du musst ja eher davon halte ich eigentlich nichts und es ist okay ey es war das nicht oh doch du warst das ich müsste mein Inventar leeren wohin damit in die Kiste in diese Kiste oh diese Kiste ist voll diese Kiste oder in diese Kiste jo können wir machen gut dann mach ich das auch so ich müsste hier nämlich mal so ein bisschen Kleideradatsch ablegen weißt du mein Essen bekommst du diesmal nicht ich wollte dir gerade Essen geben aber gut wenn du jetzt hier meinst du musst hier rummeckern dann geh vorbei geh vorbei gib mir Essen Schluss würdest du mir bitte Essen geben nachdem du wieder auferstanden bist von den Toten kriegst du Essen von mir du bist ein so gemeiner Mensch äh so gemeines Viereck richtig komm sofort hierher ich bin da guck mal hier frisch gekotzte Steaks hast du gesehen mhm gekotztes mhm mhm frisch rausgebrochen oh ah nee so ich hätte hier mhm sehr interessante Geschichten zu vermelden mhm mhm was krieg ich denn hier noch unter von dem Zeug hier krieg ich doch bestimmt noch irgendwas unter irgendein Gedüns Gebimsel Y-Bla Zeug halt weißt du also wir haben da Weizen wir haben da hey es sind sogar Transportrohre noch drin die hab ich da gerade rein weißt du da ja mhm ok so ja da brauchen wir eigentlich nur drei Barrels oder Zuckerrohr Weizen und äh Kürbisse Zuckerrohr Weizen Kürbisse was brauchen wir noch Kartoffeln Möhren haben wir nicht Kartoffeln Möhren haben wir wo denn ach so ja äh dann wahrscheinlich zwei Barrels äh zwei Reihen Barrels mag sein nun gut zack jetzt müssen wir allerdings dann hinten der Anlage sagen dass das anders läuft ne ja äh ne die Seite haben wir noch gar nicht angeschlossen also ist das erstmal hier egal so was mach ich mit dem Eichenholz Eiche 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 und hier ok ok so ach ich liebe den Magnetmodus hey du voller Cheater äh ne stimmt bist du auch ja genau weil ich einen Magnetmodus hab hahaha ja so dann wollen wir mal ein paar Kürbisse abbauen dann können wir das gleich zuordnen weißt du brauchst du noch nur zwei ja aber das wächst ja nach also von daher kann ich auch mal eben dieses Feld abbauen das steht hier nämlich schon lange und irgendwann ist der Kürbis überreif weißt du dann ist er matschig und so und dann was ab ja ähm aber zum zum Aufbau des Lagers brauchst du ja nur zwei ja ich weiß damit du weißt wo es ist und damit ich weiß wo es reinkommt ich weiß wer der Babo ist ja genau ich weiß auch wer der Babo ist ich wollte es nur mal erwähnen dass ich weiß wer der Babo ist ok hast du gut gemacht ich bin stolz auf dich das will ich auch meinen alter was ist denn mit dir hier willst du alter guckst du auch die Schwache so also was was haben wir denn noch weiß ich nicht ja gut schustere schon mal so ein kleines Ordnungssystem zusammen schmeiß es in die Barrels wie du möchtest ja dann nüllst du wieder Nö, nö, mach mal. Lalalala. 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 Dann Fichter. Lalalala. Gehärtete Erde, haben wir das auch? Gehärtete Erde, haben wir da hinten bergeweise stehen. Nein, haben wir das im Barrel? Nein. Was? Ja, Netterstein kriegt auch noch einen Barrel, oder? Wenn du das machen möchtest. Aber selbstverständlich. Ja, warum nicht? Oh. Sorry, my mistake. So, um ab geht der wilde Lucy. Wer ist Lucy? Die wilde. Die habe ich von der Hilde. Aha. Das war aber da mit Weizensamen. Das ist eigentlich total latinif. Äh, ja. Ja, genau. Was machen wir mit Weizen? Keine Ahnung. Ne, die Weizensamen. Weizen, weil wenn du Weizen abbaust, kriegst du ja immer wieder neue. Weißt du? Das könnte man eigentlich in so'n, 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 so'ne Void Transport Pipe reinschmeißen. Also, sprich, in eine löschende. Hm. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest. Ich hab... Weißt du, das kleine Kind hier, der kriegt das einfach nicht auf die Reihe. Gar nicht wahr. Das... Hallo, das sind doch Sachen. Alter. Bitchlap. Komm her. Bitchlap. Bitchlap. Facepaw in your face. In your face. Warum hab ich die Wolle in der Hand? Weiß ich nicht. Ich hau dich mit Wolle. Oh, ja. Jetzt hör auf damit. Nein, das war ein Faceporn. Du wolltest es so. Faceporn. Ähm. Nicht Faceporn, Faceporn. Ach so. Hahaha. Alter. Und du willst nicht angewärmt sein, mein lieber Schwan. Du glühst doch bis hierher, man. Hahaha. Faceporn. Hahaha. Ich will nicht jetzt... Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Ach ja. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Dis Some Scheiße. Oder Let's Erzähl Some Scheiße. Äh. Okay, dann kannst du ja mal das Zeug aus den Barrels aus dem Haus holen. Das wär voll lieb von dir. Out of the house. Ne, in the house. Out in the house. From... From... Äh, 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 äh. Ja, genau. From in the house to the outhouse. Ja. Bla. To the Lager. Okay. Ach ja. Soll ich die Barrels auch mitbringen? Ach. Ja. Wir sollten vielleicht noch einen Barrel bauen, wo wir Barrels reintun. Hahaha. Ne. Hey, mein Rucksack. Ich hab meinen Rucksack gefunden. Da, 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 da. Da, da, da. Danke. Danke. Ach. Fast alles tue ich. Für Geld. Haha. Ich weiß. Ich sagte fast. Mhm. Ich weiß. Mhm. Mhm. Hey, komm, Freunde. Nix, Freunde. Da hört der Spaß auf. Mhm. Mhm. So. So. So, also wir hätten hier noch en masse, äh, Material zu liegen. Als da wären. Rubine. Bring mit. Kupferbarren. Bring mit. Bring. Bring mit. Bring alles mit. Ja, weil ich hole jetzt auch das Zeug aus dem Tempel. Oha. Ah ja. Du hast gesagt. Und ich hab gemacht. Astral Silberohr. Das müssen wir aber nicht einsortieren, oder? Eigentlich nicht. Es sei denn, du kannst es mit anderem kombinieren. Aber ich glaub's nicht, oder? So, da ist Silbererz. Das kann ich dir gar nicht sagen. Das müsste man... Das käme auf den Versuch an. Weil wir haben nur ein Astral Silberohr. Und das wäre schwarz. Ab in die Standardkiste. Ähm. Flop. 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 Zinn können wir unterbringen. Am besten den Blöden, oder? Ja. Das ist Blödsinn. Ah. 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 Das kommt auch öfters vor. Das werden wir auch noch öfters sammeln. Uran. Alter, jetzt wird aber kritisch hier. Auch eine Kiste. Mhm. Mhm. Aluminium kommt auch öfters vor, oder? Bestimmt. Kriegt auch eine Kiste. Blei? Gute Frage. Weißt du was? Weißt du was? Das sparen wir uns jetzt hier. Das kommt erstmal in eine... Oh. Extrakiste. Bis genug Zeug da ist. Wir können ja dann... Wir können ja dann... Immer noch... Du 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 du. Aber... Wie Setzlinge kommen mit? Ein Setzling! Ein Setzling! Alter! Was? Auch eine Fackel... Äh... Ein Fackel Barrel. Wie ein Fackel Barrel? Ja. Um nicht lange zu fackeln, oder was? Ja. Ich fremele alles, was ich habe, im Übrigen hier in die Kisten rein, ne? Ja, ja. Mach du mal. Tim. Oh, das nehmen wir natürlich mit. Kupfer. Super. Weil ich räume jetzt mal da drüben das Lager leer. Ja. Ja. Silber. 22 Barrels 440 Barrels